Okay, weiter geht's. Viel Glück da draußen. Zeig aus einem guten Kampf, okay? Okay. Die erste Runde wird gleich beginnen. Bitte sprich mich wieder an, wenn du soweit bist. Okay. Bist du bereit, an der ersten Runde kaltzunehmen? Ja. Los geht's. Nur gut, ich wünsche dir alles Gute. Hm. Oh. Meine Damen und Herren, endlich ist es wieder soweit. Der Schockkopf, auf den sie alle gewartet haben. Die Aufstellung des ersten Rundes lautet Red gegen die ausgestoßene Jäger. Ich freue mich schon auf die wette Belohnung, äh, die fette Belohnung. Ich habe heute ein gutes Gefühl. Erste Runde fertig, los. Der ist ein Teleport-Heini. Okay. Meine Fresse, sind die leicht. Und so milkige Lebenserfahrungspunkte kriege ich für die. Der Siegel steht fest. Der erste Runde geht an Red. Ich fühle mich richtig gut. Schon wieder verloren. Meine ganze Lebensplanung ist im Eimer. Ey, das sind so leise Gegner. Als nächstes kommt die zweite Runde. Ja, kenne ich schon. Ja, bin ich. Sieht eigentlich schübsch aus, das Mädchen. Ach, nicht so einer. Wie, Mann, direkt mit der zweiten Runde weiter aufstehen. Das war eine Runde Red gegen die selbsternannten schönen Jägerin. Meines Roboter und meine Schönheit werden dich auf der Stelle nah. Äh, äh. Hm, ja. Komm, leuchte mal. Eier? Ey, die sagt doch Eier. Ich verstehe Eier. Ja. Ey, die ist zu leicht, Mann. Bisschen drehen und tot. Drei Erfahrungspunkte, okay. Der Siegel steht fest. Der zweite Runde geht an Red. Zugegeben, die Elektrizität war ziemlich gefährlich. Nein. Und meine Schönheit auch, oder? Gib zu, meine Schönheit auch? Nee. Jetzt weiß ich wieder das Finale. Das ist sowieso Kalua, dieses lachende Etwas. Hm, jetzt wird's ernst. Nun gut, ich wünsche alles Gute. Jetzt wird's ernst. Jejeje. Weiter geht's, Leute. Die letzte Runde. Die Aufstellung des Finale. Das Gerät gegen Kalua. Hey, Mann. Ich hab mich echt darauf gefreut, mich mal wieder mit dir zu kloppen. Ich mich ehrlich gesagt auch. Äh, ja. Komm. Seht euch mal an, was ich jetzt mache. Eigentlich nicht das da. Ich lass ihn einfach nicht mal angreifen, dann hab ich den Kampf auch schnell gewonnen. Ist langweilig, aber... So geht's am schnellsten. Wenn er keinen Bock hat, dass er irgendwelche Spezialteile einsetzt, einfach in die Ecke klemmen. Und gewonnen. Witz von einem Gegner, aber egal. Der Sieger steht fest. Red Savarin, er hat den Angriff des mächtigen Kalos abgewehrt. Was für einen mächtigen Angriff. Glückwunsch. Puh, so stark wie immer. Hat's Spaß gemacht, Mann. Aber verlieren ist echt ätzend. Hey, hey, Mann. Das nächste Mal gewinne ich aber. Vergiss, ich werde gewinnen. Ach, das ist für so Flachpfeifen. Komm, gib mir mein Geld, da bin ich auch weg. Hier ist dein Geld für den Kampf. Nimm es mit den besten Empfehlungen. 1200? Egal. Kalua schlägt zu. Und wir haben's geschafft. Ich brauche noch mehr Geld. Shetland, okay. Gehen wir erst nach Erde. Entschuldigung. Hier sind die Kürze, die du annehmen kannst. Was geht? Ich bin's. Neuling? Achso. Achso, das ist der Neuling, okay. Wer war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr genau. Dieser Job verlangt expedit nach dir. Geh, ja. Ich weiß, wo das ist. Das muss ich mir nicht immer zeigen. Hä? Ostwerft? Achso, das ist ja ganz hinten. Ich weiß, wo das ist. Ich weiß, wo das ist. Ich weiß, wo das ist. Gibt mir irgendwas Neues noch? Ja, okay. Dann sammle mehr, dann kriegst du mehr. Hey, Jungspund. Was geht? Hey, Boss, wo hast du gesteckt? Ähm, wer warst du nochmal? Sei witzig, Boss. Ich bin doch der Neue, der für allem angearbeitet. Ach ja, richtig. Hast du dich angestrengt? Hast du deinen Teil des Vertrags erfüllt? Nein, ja. Du hast mir echt Vernunft eingebaut. Äh, eingebläut, Boss. Das hat mir die Augen geöffnet. Ich weiß jetzt, dass mein wahrer Weg der gleiche ist wie deiner. Der Weg eines Kriegers. Äh, eines Jägers. Kriegers. Deswegen habe ich heute vor, dich mit allen zu bombardieren, was ich gelernt habe. Aha. Na gut, ich werde dir lehren, wie hart das Leben eines Jägers ist. Gut, dann bewerte mich zu deinem Ort, wo unser Showdown... Ja. Showdown ist klar. Dann lass uns auf den Show... Äh. Das sind solche Foch... Das sind so langweilige Kämpfe. Also dann los, Boss. Diesmal mache ich dich... Äh, diesmal mache ich ernst. Ja. Ist ja schön, dass du ernst machst. Man sieht, dass du viel gelernt hast, Stummkopf. Damit war's. Der Kampf. Du bist so stark für mich. Ja, da hast du recht. Ich wusste es, Boss. Du bist echt was Besonderes, aber mein Kampfgeist lodert schon wieder. Aha. Hey Leute, kommt raus und zeigt an eurem Kampfgeist. Ach, hey. Das sind meine Kumpels. Die sind auch alle von den Begeistet Boss. Los Leute, mischt mit. Gleich und gleich. Oder wie heißt es das? Na schön, auch drauf gibt's nur eine Antwort. Fick dich einfach. Weißt du was? Fick dich. Ich bin erledigt. Ich kann nicht mal meinen kleinen Finger bewegen. Oh, es kommen noch mehr. Ich bin. Ach komm, stirbt mal alle Das fühlt sich so gut Machst du, hörst Ich geb auf Wie viele von euch kommen noch, Mann? Ich hab keinen Bock mehr Mann, Mann Mann, dauert mir Du bist der wahre Meister Ich fühl mich, als ob ich mit der ganzen Welt aufnehmen könnte Es ist endlich vorbei Das alles hast du mir zuliebe gemacht, Boss Ich bin zutiefst gerührt Ach ja, gern geschehen Lass uns gehen Jawohl, Boss Boah, hat zu lange gedauert Du hast mir gezeigt, dass ich noch viel lernen muss Hier, das ist mein Dankeschön für heute Tausend Ringe Du bist wohin bei einer Frage ausgewichen Strengst du dich bei der Arbeit an? Wenn ich mich danach fühle, Boss Dann schon Falsche Antwort Doch In your face Wer sich nicht mal beim Container schleppen Anstrengt, wird niemals ein erstklassiger Jäger Boss Zeigst mir wirklich immer so, was los geht Äh, wo es lang geht Dass mir wieder die Augen geöffnet Er, das Auge zerstört Von nun an werde ich mir wirklich immer mein Bestes geben Okay, damit haben wir das auch Ich glaube, bald sind wir am Ende Es gibt eigentlich nichts mehr zu tun für mich so richtig Es ist einfach gut, um einfach ganz stumpf der Story zu folgen Controller, spiel auch mit Zurück zu Osmodeus Nächstes Ziel Shetland Warte mal Kann ich jetzt eigentlich da durch? Was gibt's da eigentlich für mich? Hä, okay Oh, Boss Äh, paar Kämpfe für mich Okay Das ist alles? Es gibt nichts mehr für mich hier Okay, dann verpisse ich mich Hmm, naja Der Vollständigkeitspa이� tulge Zeige ich mal einfach alles Nöööö nööö Nööö nöööョä Nööö nöööö Nööö nööä Nööö nöööö 어� Wie, äh, was? Wie bin ich durch den业 ... Dicken Stein durchgegangen? Ich weiß es nicht. Gleich muss ich auch wieder mal einen Cut machen. Und wir haben es geschafft. Dann, 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 dann. Hier sind die Quästen, die du annehmen kannst. Einsturzunglück. Es wird eine Mine eingeschlossen. Wir brauchen einen Notfall. Okay. Nach einem Mineinsturz eingeschlossen. Ich sollte mich besser beeilen. Wir sehen uns im nächsten Part.